Jetzt mit Arnett haltet er doch die Säubi-Bilanz. Und so eröffnet Loïc Meillard diesen Weltcup-Slalom in Palisades Tahoe. Das wurde von Julien Vuignet gesetzt. Ein sehr rhythmischer Lauf. Er versucht, ein regelmässiges Tempo zu haben. Ich versuche immer, dass er leicht wie ein Federer bleibt. Hier gibt er schneller, ein Traverso. Jetzt gibt es wieder eine offene Tor. Er hat auch nur eine Dreierwertikale. Die heisst Flasche in Amerika. Ich bin noch gespannt, was das Flasche heisst. Jetzt kommt er schon in die letzte Torte. Er hat ins Ziel, um keine Probleme zu sehen. Tor-Distanzen 10 m, 10,50 m. Alles sehr gleichmässig. 52,40 m. Die erste gemessene Zeit. Loïc Meillard, was sie wert ist. Er war auch zweimal Junioren-Weltmeister. Mittlerweile kann ich ihm einen Namen nachliefern. Gorrado Barbera, Italiener, hat sich den Junioren-Weltmeistertitel geholt. In St. Anton wird beim Weltcup-Final mit dabei sein. Jetzt aber der Vergleich. Christofferson gegen Meillard. Die Traverso, die enger geschätzt ist. Ein bisschen unruhiger. Er hat das Ziel, dass er besser im Rennen ist als ein Gurschenwell. Der gleiche Wellmöchter ist. Dass er am Ball bleibt mit den Besten. Nicht zu viel Verlierer ist sein Ziel. Er war nur 16. Nach dem ersten Lauf. Mit dem Spannlöschen sehen die zwei Schoner, dass sie immer vor dem Körper probieren zu bleiben. Geht vor allem mit der Hand in den Schnee. Es ist ein enges Rennen zwischen diesen beiden. Meillard entscheidet sich an zweiter Stelle. 36 Punkte hinter Lukas Broden. Fünf Punkte vor dem vor ihm gestarteten Christofferson. Daniel, wichtig. Kein Fehler dürfen wir von aussen an sehen. Fünf Punkte. Ja, das ist ein bisschen zu hart. Das ist ein bisschen zu hart. Das Schnee ist greifig. Das ist dran. Ann Christofferson und Meillard. Einmal unverkennbar. Er versucht, den Susserbein früh darzustellen. Und er kommt direkt in die Taierung. Weiter gleich schnell unterwegs wie der führende Meillard. Wir sehen jetzt gleich wie die Kursenwähle, wenn eine einfache Kurssetzung auf einfachem Schnee ist, sind die Boys so nahe beieinander. Der zeitliche Abstand im Ziel. Ja, da hat er im letzten Abschnitt noch drei Zehntel herausgeholt. Ja, oder Manuel Veller im WM-Slalom. Führender nach dem ersten Lauf. Genau. Er wird jetzt ein Kandidat. Wahrscheinlich auch Nika Zügler. Sieht da. Ja. Jetzt haben wir den Geobachtelerschlag, welches hier in diesem Tor ist. Veller gestern im Riesenslalom ausgeschieden. Im WM-Slalom einfach zurückgefallen. Aufrang sieben als Führender nach Halbzeit. Wir sehen, die besten Cracks machen keinen Fehler. Es ist jetzt noch kein einziger, der einen Fehler gemacht hat. Und ganz unten da war Daniel Juhl sehr schnell unterwegs. Zeig mal hier. Er hat das Klappmesser gemacht. Der Oberkörper geht auf die Oberschränke. Er verliert den Druck auf den Aussenbei durch das. Einfluss auf die Seite. Er war zu viel von ihm. Ich bin mir zu wundern, was Marc Lüscher fragt. Was hat er zu viel gemacht, der Luig Meijahr? Unterwegs ist Linus Strassen. Der nächste Schweizer dann mit der Sieben. Ramon Zenhäuser. Er ist für mich der Besttechniker. So vom Stilisten her. Er ist eigentlich für mich immer ein bisschen unterscheiden und wert. Geschlagen von der Siege. Er hat noch nicht viel gewonnen. Obwohl die Qualitäten hingen. Er hat nach dem WM-Slalom gesagt, der Skisport kann so schön und gleichzeitig so gnadenlos sein. Vom vierten zurückgefallen auf den neunten. Hier sehr schnell unterwegs. Ja, und das ist der Ursaro. Er hat etwas verloren. Und jetzt die Kameraeinstellung wirklich besser. Das wäre nicht top gewesen. Das wäre der Daniel besser gefahren. Die Kamera ist gut jetzt. Dem cover-level. Linus Strassen gegen Juul. Am Ende entscheidet das Duell der Schweizer für sich. Um vierhundertstel Sekunden. Die Ausgangslage für Strassen aber wieder eine sehr gute. Es war interessant, den Switch zu sehen. Mit der Zwischenzeitenweg nach Runo kam er etwas zu spitz auf die Tore. Er hat ihn am Tor erst einmal aufgebockt. Da musste er zu spät noch am Tor Druck machen. Aber hast du grosse Fehler gesehen? Nein. Einfache Kurssetzung? Obwohl wir einen grossen Bildschirm haben hier in Zürich. Aber das ist die von dir angesprochene einfache Kurssetzung. Die bulgarische Kurssetzung im zweiten Lauf. Erwartest du die schwieriger? Man sieht, was die FIS im Öhe für reglementarische sagt. Man muss in der Spur bleiben. Das ist halt die Sache. Das sehen wir am zweiten. Der Mann mit der roten Startnummer, der führende in der Disziplinenwertung Slalom, ist unterwegs. Lukas Broten. Da ist ich immer ein bisschen der Zeit oben an den Rhythmus gekommen. Und wenn er dann mal das Spiel bekommt, das Spiel kommt für den Schnee und die Kurssetzung anzuziehen. Für ihn zählt v.a. der direkte Vergleich mit Christofferson und Joule. Joule ist momentan in Führung, Christofferson auf Rang 4. Der Schnee sieht ganz einfach aus dem Fahrer. Sehr winterlich. Der Schnee sieht ganz einfach aus dem Fahrer. Sehr winterlich. Ja, er probiert schon etwas. Aber es war nicht so aufgegangen am letzten Tor. Über eine Sekunde verliert er den ersten Lauf. Bringt er beispielsweise mit einem sehr guten zweiten Lauf in Chamonix zum Sieg gefahren. Weltcup-Sieger. Das hat der Dizzi schon ein paar Mal gemacht. Oben einmal losfahren. Einfach die Hände weg vom Schnee. Der Sieg in Chamonix. Das ist ja die Krönung eines Steigerungslaufes während dieses Winters. Weisst du noch, in Valdiser haben wir ihm als Ziel vorgegeben, die Startnummer zu halbieren. Wird mittlerweile sehr schwierig. Ist er doch wieder in der Top-Gruppe der Slalom-Cracks unterwegs. Schön von hinten gekommen. Von hinten noch bleiben. Nichts direkt abstechen. Wir sehen, dass er sofort mit Mark Rodo auf Leuchten bestraft wird. 10 Häusern im Ziel als Sechster. Die Übergänge, die gestern für eine Differenz gesorgt haben beim Riesenslalom, die sind eben weiter oben. An diesem Hügel oder an diesem Berg, in der doch 2300 Höhenmeter der Start des Riesenslalons unten das Ziel auf 1900 m übernommen. Ja, mit ihm habe ich jetzt das Gefühl, nach der WM ist er irgendwie wie bei Fried. Gestern im Riesenslalom schon wirklich gut gefahren. Mit einem sehr guten 1. Lauf 2. Er ging nach Hause, wobei er die WM ja zu Hause bestritten hat, mit Medaillen und mit Erinnerungen fürs Leben. So die Aussage von Alexis Pinturot. Im Slalom läuft es ihm in dieser Saison ja noch überhaupt nicht. Ausser der Kombinationsslalom, wo er wirklich souverän gefahren ist. Er hat da zu Gold geführt in Courchevel. Wo führt dieser erste Lauf hin bei Alexis Pinturot auch da vornherein in diese halbe Sekunde. Die Leute bis heute Abend um viertel vor ... Wann ist der zweite Lauf? Viertel vor elf Uhr. Ja, wachhaltend. Alex Finanza. Er ist jetzt einer, der Dani Juli angreifen will. Er kann gar nicht anders als in seinem Naturell drin. Gestern schon mit einem guten Auftritt seine ersten Riesenslal und Punkte. Im Weltcup geholt, auch auf diesem Schnee hier. Ein bisschen markiert ist es, die Piste. Also jetzt ist ein bisschen markiert. Ich bin gespannt, was A.J. Guinness noch zöbern kann. Er kommt dann mit der Startnummer elf. Finazer verliert etwas mehr Zeit. Ja, er hat 20.15 Uhr Schweizer Zeit heute Abend. Jetzt aber volle Konzentration auf den Sieger von gestern. Vor der See rund an, oder? Die kleine Slalom-Kristallkugel hat in der vorletzten Saison gewonnen. Er war immer ein Slalom-Spezialist. Jetzt plötzlich im Riesenslalom in bestechender Form unterwegs. Und dass er Speed kann, hat er auch bewiesen in diesem Winter. Im Slalom noch entfernt von den Top 5 in diesem Jahr. Er hat natürlich super die Arbeit aus den Fussgelenken, weil er bei das Geschmeidigen hat. Was er genau den Inus als Super-G-Abfahrer sehr stark macht. Genau gleich schnell ... ... Sportler Griechenlands, der an einem Grossanlass eine Medaille geholt hat. Silber im WM-Slalom. Der kommt mit selbst zu 3, wo geht er ans Werk. Seine Mutter ist unten im Zielraum. Seine Mutter, Amerikanerin. Er selber sieht sich als Citizen of the World, also als Weltbürger. Der macht da weiter. Boah! Und was er amerikanisch in sich trägt, so sagt er selber, er könne ohne Hirn fahren. Also heisst voll attackieren, ohne viel nachzudenken. macht er hier und heute in diesem ersten Lauf. Ja, wäre ja nur eine Theorie. Ich sage ja, als Griechen hast du sicher weniger den sozialen Druck von deinem Land, als Schweizer, Österreicher, Franzose oder Italiener. An einer Weltmeisterschaft. Hier übernimmt er ... Nein, übernimmt nicht die Führung, aber fährt wieder auf einen ... Tristan Glast und ist hier oben am Start. Ein sehr erfahrener Mann natürlich. Hat den Schuh von Dave Riding präpariert. Zuerst bekommen wir noch Christopher Jakobsen zu sehen. Sieht das uns, wie jetzt die Sonne hier durchscheint und das Lichtverhältnis noch besser werdend. Das wird natürlich super für die Fahrer mit dieser Nummer. Ramponierte Piste, aber die Schläge besser erkennbar. Du weisst, er ist ja auch so einer der Fahrer, wie ein Popo, von dem wir nachher werden sehen, der unbedingt ein Erfolgserlebnis bräuchte. Entsprechend hoch das Risiko und auch die Ausfallquote in fünf von neun Rennen in diesem Winter ausgeschieden. Es droht sich, die Geschichte des letzten Winters ein wenig zu wiederholen bei Christopher Jakobsen. Starker Start mit den Rängen 4 und 7, seither aber keine wirklich brauchbaren Resort. Sieht er in Schladming noch, aber auch heute verpasst. Also einer dieser Cracks heute, die Revanche nehmen wollen. Die Olympiassegerin ist mit Startnummer 15 in Cursenwell unterwegs. Das ist die Unbefriedigung für so einen Athlet wie Clé Manuel. Im Jahresranking oder im Ranking dieses Winters momentan an 8er Position. Hier schnell unterwegs. Schnell unterwegs, aber auch schnell einer, der einen Fehler macht. Man schreitet sich ein bisschen an, dass er in diesem Training auch nicht so konsequent ist. Aber die Qualitäten, wenn er natürlich durchkommt, sonst hinkt er auch in Schladming gewonnen, sind mit ihm ja State of the Art. Also das ist der Vorzeigefahrer. Clément Noël. Juul liegt noch immer in Führung. Noël nimmt ihm diese Führung ab. Ja, das sind dann ... ...Sala. Schlechtester Italiener im WM Slalom. Jetzt hast du gesehen, an deinen ersten und 9, die sind gar nicht in einer halben Sekunde. Also das wird wieder ein Spektakel im zweiten Lauf. Da werden ganz sicher noch ein paar dreifahren. Von Noël bis Bain-Durot momentan nach Bain-Durot. Zu Finazer auf 10. Sechszehntel-Unterschied. Ja, der läuft, der bräuchte halt jetzt genau die Aggressivität, die wir ja mit den Schweizer ein bisschen vermisst. Er wollte schon in die Gurschenwälde, was sie jetzt dann korrigieren können. Aber und Salah ist da noch ein bisschen drin mit seinem schönen Fahrer. Das wird auch interessant sein Reiding, der ja auch so ein schöner Fahrer ist, technisch. Der kommt dann als Nächster, der Brite. Ob der es sonst schafft, da die Nervlichkeiten hochzubehalten? Salah fährt aber auch in diese halbe Sekunde. Nachteilig. Weniger Herzspolen für die Trainer am Pistenrand. Dave Riding. Zweiter in Kitzbühel. Ihm der Vorteil, er wird in die Spurreile jetzt reingehen. Das ist natürlich gut. Also wir werden keine Fehler mit ihm sehen. Aber kann er jetzt gleich zu Gila gehen? Ja, was halt schön ist, ist nicht immer schnell. Wie wahrheitet sich das mit ihm? Platz hat es zwischen Panturot und Winadzer. Wir haben uns ein bisschen zurückgelassen, mit ihm sonst keine Fehler zu sehen. Das habe ich auch einmal gehabt. In einer WM in Weil. Und dann haben Sie mit dem 15. in der TV-Break gemacht. Und ich als 16. musste warten. Er ist so aufgeregt. Und ich glaube, da hat etwas wieder gelernt. Also ich bin da nicht weit gekommen. Bei acht Ohren war ich schon nieder. Oder bin ich nicht gerade professionell von der Einstellung. Und wieder so ein Edeltechniker wie Salah, wie Riding. Aber mit ihm habe ich schon das Gefühl, er hat ein bisschen mehr das Nervliche. Das ist keine Fallinie. Edeltechniker würde prognostizieren, rund 1,1 Sekunden Rückstand nach diesem ersten Lauf. Mal schauen, wo er hinfährt. Die Nummer 16 war auch 16. im WM Slalom. V.a. wenn er die Zeitabstände immer gleich geht. Dann sieht man genau, er hat die Handbremse einfach zu viel angezogen. Zu technisch und zu wenig Falllinien. Und so technisch auf dem Schnee ist es einfach, du bekommst immer vor dem Tor leicht die Richtung. Und der Rückstand? Wie prognostiziert, rund 1,1 Sekunden. Er war der schnellste, man kann sagen seine WM-Revanche. Im ersten Lauf. Die ist geglückt. Er hat auch die Schweizer gut positioniert. Mit Juhl auf 2, Meier auf 5 und Sennhäusern auf 8. Bei der Nummer 17, bei der Startnummer 17, Adrian Pertl. Adrian Pertl, immer in der Falllinie, aber halt fehleranfällig. Wenn er es natürlich schafft, ohne Fehler durchzukommen, das ist ja immer ein heisses Eis. Er ist wieder ein Vizeweltmeister geworden in Cortina. Vor zwei Jahren war das. Du siehst mit ihm, er ist ein bisschen am Zaplen. Er kommt immer sofort auf die Hüssebeine. Er muss ab und zu über das Innenbeine Kurve hineinfahren. Hier geht man schön, wie man den Belag sieht. Kein gutes Zeichen. Das ist das, was Daniel Juhl super macht. Er ist da rein, der die Hüssebeine gerne wegstreckt, aber er ist sofort drauf und kann Grippe geben. Also kann in der Skien eine Deformierung bringen. Und Pertl bringt halt den Körperschwerpunkt nicht wieder. Daniel sofort auf die Hüssebeine. Sechzehnte, Tausenden von Kilometern Entfernung, zu deuten versuchen, gar nicht zu sehen. Jetzt definitiv nicht mehr, nein. Die Nummer 18, der Weltmeister von Cortina, Sebastian Voss-Sulewock. Geht aufwärts bei ihm eigentlich? Endlich. Was noch fehlt, ist das Risiko. Das hängt auch mit dem Selbstvertrauen zusammen. Genau, das maledeite Selbstvertraube eines Slalomfahrers. Das haben wir mit AJ Guinness gesehen. Wenn es läuft, läuft es einfach. Er in den ersten fünf Slaloms dieses Winters viermal ausgeschieden. Das zerrt dann halt an einem zuvor intakten Selbstvertrauen. Ja schon, der Slalom gibt schon nicht viel her, jetzt von der Kurssetzung, um zu schauen. Er fährt da erstmals in diese ziemlich grosse Lücke zwischen Reisepass ausgestattet. Bei den einen, wie bei Sam Maes oder unserem Mann vor Ort, fehlt das Gepäck. Bei ihm fehlen die Wertsachen. Aber so hat man es aber schon gerne. So leicht überscheinend ist. Man hat jetzt wieder bessere Sicht, wie das wechseln von einem Fahrer von Vos Solvac zum Timon Haugen. Und man sieht ja von der Seite her, bumm, ist er da. Ja. Er auf dem gleichen Material wie Henry Christoffersen, sein Vorbild unterwegs. Fertig. Er versucht, die Base hochzuhalten. Er versucht, Risiko zu nehmen. Christoffersen liegt momentan auf Rang 6. Sein Rückstand auf Glimonuel, 24 Hundertstel Sekunden. Ja. Der Körperschwerbuch liegt hinten, verlagert auf die Fersen. Keine Kontrolle über die Spitze. Naugahn fährt vor. Sein Vorbild fährt auf. Der Körperschwerbuch. Der Körperschwerbuch. Da kann man auch ein paar Fehler machen und alles als Lehrmaterial abspeichern. Wie beispielsweise auch der WM-Slalom, in dem er nur in Anführungs- und Schlusszeichen auf Rang 22 gefahren ist. Er hat natürlich auch einen, da haben wir in Schladmin gesehen, im Riesenslalom, der so einen Wunderlauf auspacken konnte. Da war er zweitschnellster im zweiten Lauf, bis auf Rang 4 nahe an sein erstes Weltcup-Podest vorgestossen. Alexander St. Nolsen, hier auf Rang 12, auch er verliert weniger als eine Sekunde. Albert Popov. Das Gumpi-Ball vom Dienst. Mal in den zweiten Lauf wiederkommen, oder? Ja, es ist einfach Gero einfädelt, gerade in letzter Zeit. Wobei er in Chamonix, siebter war nach dem ersten Lauf, da im zweiten Lauf ausgeschieden. Mit ihm jetzt die Rechtskurve, also links Aussenbein, die die schwächere Seite ist. Er hat jetzt eigentlich gerade Schweine, weil hier alle Rechtskurven bergab gilt. Also das rechte Aussenbein auf diesem nach rechts abfälligen Kurs wichtiger. Der zweite Lauf wird dann von seinem Trainer gesteckt. Also, bitte durchkommen. Ich würde es nicht einen abnormalen Cut geben heute, wenn sich die Piste so positiv behalten und vor allem, wenn die Sicht noch besser wird. Mit dem Cut meinst du die Zeit, also der zeitliche Rückstand, der dann eben noch reicht für den zweiten Lauf. Popov verliert 1,46 und damit viel Zeit. nahe dran sei er gewesen und doch so weit entfernt von einer Medaille als 14. Die Sicht besser. Die Sicht super. Alles angerichtet. Er hat Fähigkeiten. Ausnützen. Zweimal schon in den Top 10 in dieser Saison. Start geglückt. Spitze Wild unterwegs. Das haben wir Timon Haugan heute gesehen. Der war auch schnell. Und Rocha ist auch schnell. Haugan ist auf Platz 4 gefahren. Gleichorter Fehler wie der Haugan. Das darf doch nicht wahr sein. Der erste Fehler, bzw. der erste Ausfall, der erste Fehler, der zu einem Ausfall geführt hat, um das richtig auszudeutschen, betrifft einen Schweizer. Rocha hat riskiert und verloren. Wir haben genau das gleiche Tor wie der Haugan. Das Problem hatte vorher. Er bekommt den Stock zwischen den Beinen. Alles richtig gemacht, aber halt weiter. Risiko zu dosieren. Also. Drei Schweizer auf der ersten Seite der Resultattafel. Einer leider am Ende der zweiten. Der ganz vorne, also auf der ersten Seite. Frank Zwei ist jetzt im Interview. Daniel Juhl. Der untere Teil war so richtig schnell heute. Wir haben sich dort gefühlt. Heute war es richtig ein Kampf. Von Sicht her. Man hat den Boden nicht so gesehen. Aber ich habe versucht Gas zu geben. Und unten ist es mir ziemlich gut gelungen. Es ist schwierig zu sagen, was für eine Rolle der Wind spielt. Aber es ist alle sehr eng beieinander. Mal schauen, was passiert im zweiten Lauf. Und steht im Start aus. Sieht den Schneefall denn wild. Mit welcher Einstellung muss man da ins Rennen? Äh. Einfach eben. Kämpfen nicht auf Gefühle. Schauen. Man weiss, dass es wird eher. Eben. Schwierig. Man wird nicht jeden Schwung gut treffen. Und so. Aber einfach die Ziellinie suchen. Und versuchen die Geschwindigkeit so hoch wie möglich zu behalten. Dann warten Sie für einen zweiten Durchgang. Schwierig zu sagen. Es ist ja wieder ein Kampf. Äh. Auch eben. Äh. Schauen, wo der Kurssetzer irgendwo eine Linie findet. Weil es ist schon ein bisschen eine Buckelpiste jetzt. Ähm. Ähm. Ja eben. Es wird sicher eine grosse Herausforderung sein. Danke. Weil man hat am anderen Tag die Sonne genommen. Am anderen Tag hat man halt Rego. Und ich sage so, in der Novak Schale muss sich das alles schlussendlich ausgleichen. Für ihn hat die Sonne geschehen im WM Slalom. Fünfter. Sebastian Holzmann. Auch er. Einer dieser Fahrer, die hinter Luca Erni liegen. Sie sind gut. 20 Punkte müsste er gut machen. Und seit diesem fünften Rang und dem damit gewonnenen Selbstvertrauen ist das Sebastian Holzmann durchaus zuzutrauen. Ja und jetzt kommt das AJ-Guinness-Phänomen. Ich sage mir sonst ein bisschen das Roger Federer-Phänomen. Wenn man dann mal gespürt, was möglich ist. Oder man weiss, aha, so viel muss ich machen und dann bin ich gut. Ja. Der kommt nicht auf den Geschmack und könnte das nicht konsolidieren? Festigen? Um 20 Punkte zu holen, müsste er 13. werden. Sebastian Holzmann. Kann er die Grundlage dazu im ersten Lauf legen? Fragezeichen. Kann er. Kleines Ausrufezeichen. 14. momentan Sebastian Holzmann, der wahnsinnige Videos gepostet hat vom Tiefschneefahren vorgestern. Der hat das so richtig genossen hier. In diesen meterweise ... ... in diesen meterweise liegenden Neuschnee einzutauchen. So. Und jetzt der 25. in diesem Rennen, der 25. in der Disziplinenwertung. Jetzt Luca Erni. Sicht gut. Schneefall. Dann darf man nicht abkürzen. Schon eine halbe Sekunde. Ja, das verschlägt man halt. Wie im Subschitzhöhe verschlägt man Gero Czki. Man sieht sofort über das Innobein in die Kurve. Man sieht zuerst, weil die Lage schon recht früh. Das ist auch bei der dritten Zwischenzeit. Nur der 24. Zwischenrang. Da muss eine Steigerung im untersten Streckenabschnitt her. Bei Luca Erni. Will er nicht vom Schleudersitz geschleudert werden? Ja. Er kommt auch in die Höhe vom Back. Er ist sehr tief mit der Position. Also es ist recht ... Letzter. Recht enttäuschend. Im Zwischenklassament. Und ...